Willkommen bei der Deutschland zu Erste Kanaka Show. Hallo liebe Zuschauer, Willkommen zu Real Ausländer TV. Heute sind wir vor Katas Haus. Rata tut mir leid und er zeigt uns heute sein Köftespießrezept. Wir sind überrascht und wir gehen für euch da rein. Mal gucken wann ihr die Tür aufmacht. Was geht? Was geht? Oh Rata! Okay wir sind überrascht, das war nicht erwartet. Hi Rata. Business, Business und so weiter. Assalamu alaikum. Er ist sehr freundlich auch. Liebe Zuschauer, wir sind gerade bei Rata zuhause. Hallo? Rata zuhause, bitte schön. Okay, ja klar. Wie sie wissen, in Deutschland ist euer Köftespieß bekannt. Ja. Und sie wollen uns heute zeigen, wie sie ihren besten Köftespieß machen. Ja genau, heute werde ich euch zeigen, wie man ein türkisches Gericht und zwar Köftespieß macht. Und zwar mit Khatars Methode. Hier wie ihr schon sehen könnt, kannst du es sehen. Hier haben wir Hackfleisch, 500 Gramm. Hier haben wir... Pfeffer. Pfeffer. Hier haben wir... Delispieß? Ja. Ja. Und hier haben wir natürlich Tomaten und dann Zwiebeln und Knoblauch und so weiter. Also wie sie wissen, das ist der Ort, wo alles erschaffen wird. Dort wo Gott angefangen hat, die Welt zu erschaffen, ist hier einfach, damit ihr bescheid wisst. Wie wollen sie jetzt anfangen? Erst... Zwei Zwiebel? Ja. Aber ich stelle mal eine Frage bevor sie anfangen. Wie... Wie kam die Idee, so ein Köftespieß zu machen? Ja. So ein Köftespieß zu machen. Als ich in der Türkei war... Ja. Als ich in der Türkei war, war ich einsam. Nur ich war da und mein Gott. Und Gott hat mit mir gesprochen. Weißt du was er gesagt hat? Nein. Was hat er gesagt? Komm her. Mach Köftespieß. Oh mein Gott. Da hat alles angefangen. Also liebe Zuschauer, Sie sehen, das ist eine dramatische und emotionale Geschichte, ja. Wir können unsere Tränen nicht zurückhalten. Und jetzt fängt der Ratter an. Machst du Sport so? Ja. Fußball. Aber wir sind jetzt bei Köftespieß, ja? Natürlich. Die Zwiebeln schneiden sie jetzt? Ja, schneiden die Zwiebeln. So langsamer. Mit Gefühl. Mit Gefühl. Mit Gefühl. Mit Gefühl. Man hört es auf jeden Fall. Man muss es fühlen, sagen Sie, ja? Ich rede. Erst fühlen. Wenn du es nicht fühlst, kann ich dir helfen, dabei zu fühlen. Nein, alles gut. Alles gut. Wow. So, so gut. Was? Du bist jetzt sterben. Er ist ein Profi. Herr Ratter, ich habe eine Frage. Ich bin nicht so gut wie Sie. Das wissen Sie schon. Aber ich würde auch mal probieren, die Zwiebeln zu schneiden, wenn Sie das erlauben. Ich würde einfach mal probieren. Einfach probieren. Sicher? Ich bin nicht so gut wie Sie. Das weiß ich. Aber ich würde einfach mal probieren. Wenn Gott ist Allah, bitte schön. Ich bin nicht so gut wie Sie das. Ja, alles gut. Alles gut. Ja. Keine ist vom Mutters Bauch. Keine ist vom Mutters Bauch. Dings geboren. Okay. Wir lernen es noch. Wir lernen es noch. Es ist nicht schlecht für Anfänger. Nicht schlecht. Oder weißt du was? Weißt du was? Da ich ein sehr guter Gastgeber bin, deswegen lasse ich es dir einfach machen. Wirklich? Bitteschön. Das wird eine Ehre für mich. Das wird eine Ehre für mich. Können Sie mir bitte Feedback geben. Ich bin ja nervös. Nicht reden. Egal. Während... Wie heißt du? Während Aras seinen Köftespiss macht, er kommt und ich zeige euch meinen Löwe hier. Scheiße. Hier. Der beiß doch nicht leer. Hier ist mein Löwe, wie ihr sehen könnt. Das ist kein Problem. Der... Warte kurz. Ah man. Der ist jeden Tag... Was ist der? Händchen, ja. Der ist jeden Tag... Warte kurz. Der ist... Jentag. Händchen. Sehr schön. Na okay Aras. Junger Mann. Wie läuft's? Ich hab's gemacht, aber ich bin mir nicht sicher ob es gut geworden ist jetzt. Ich bin für einen Anfänger nicht schlecht, würde ich sagen. Sehr schön. Das gefällt mir. Du hast Talent. Warum weinst du? Ach stimmt. Ich habe ja deine Geschichte gehört. Ich habe ja deine Geschichte gehört. Ihr habt ja als Kind kein Köpftspitz gehabt. Nein. Komm mal her, komm mal her. Liebe Zuschauer, es ist so eine Ehre, dass ich jetzt... Ich mache weiter. Zwiebeln und Knoblauch einfach zusammen mischen. Wir können und Türken. Wir sind alle Menschen. Ja. Wir sind schon gemischt geworden? Ja. Sehr schön. Wir Türken und Türken. Und was kommt jetzt dazu? Was kommt noch dazu? Ganz viele. Ist jetzt Geschmackssache. In Türkei. Ja. Wir mögen Gewürze. Ohne Gewürze können wir nicht leben. Wir stehen auf Gewürze, wir essen Gewürze, auf die Toilette Gewürze. Was machst du so? Ich würde gucken... Ich würde gucken... Du willst auch Gewürze? Ja, aber... Komm mal her. Okay. Wie ist das? Ich höre ganz viel Plastik hier, ne? Das ist die Umweltverschmutzung. Geht gar nicht. Mit Papier oder ohne Papier? Das ist Geschmackssache. Ich mache das nochmal, aber ohne. Okay. Kann ich jetzt rein... Irgendwann abnehmen. Da ist, glaube ich, was runtergefallen. Das ist gönnen. Kein Problem. Wirklich? Warte, wenn du es... Scheiße. Muss man viel voll verraten. Hör nicht deinen Ernst-Tamen auf ihm. Gerd, schick dein Jedinda. Was liegt denn? Mach mal auf. Machen das sehr gut. Also wie sie sehen, Herr Hata ist schon professionell, wenn es um Köftespieß geht. Okay. Ist schon fertig geworden. Jetzt. Was kommt als nächstes? Weißt du es? Nein. Und was denkst du über das neue Album von Mero? Weil ohne Hilfe von Kai, wir wären nichts gewesen. Danke an Kai. Ich habe nur eine Hand. Lassen Sie uns zusammen machen. Halten Sie es da unten. Dress. Du bist fast drin. Kannst du helfen? Ja klar. Geschmackssache einfach. Oh mein Gott. Oh mein Gott, seht ihr das? Ich bin doch nicht Belinda mit einer K***. Der wird mich ficken wollen, der wird schon. Vor ein paar Minuten war es fast. Jetzt wird es schon. Jetzt wird es schon. Haben Sie ihn gerade in den Köftespieß gespuckt? Das muss sein. Steht das auf Ihrem Rezept oder so? Zuschauer. Wir haben den geheimen Rezept hier in Köftespieß. Das ist wirklich krass. Lieber Zuschauer. Probiert das nicht zu Hause. Ja. Herr Ratter kommt gleich. Herr Ratter kommt gleich. Da ist der Ratter. Ja. 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 Eine Frage. Wie viel Spuck muss da rein? Geschmackssache so. Eins. Zwei. 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 machen sie gut. War eine Ehre, war eine Ehre, wir haben sie lieb, tschüss. Bleib hier, bleib hier, was für, lieber Zuschauer, vergiss nicht zu abonnieren und das Video zu liken, bleibt Ausländer. Bis zum nächsten Mal.